so das ist mein video für das wochenende also ich mache zwei videos ich spiele hier world of tanks geht hier ganz schnell mal was abholen hier ich habe mich gestern nicht eingeloggt das 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 booster sonstiges ich brauche schlüssel die kosten geld kauf ich nicht ich habe kein geld nicht dafür ich werde ich bin schon bei spiel das jetzt seit drei wochen ich bin hier bei level 4 panzer angekommen bei tier 4 ich wollte das machen dass ich immer nur ein panzer von einer nation habe ich habe noch sechs freie plätze also habe eigentlich noch genug platz deswegen ich werde mal einen komplett so aufwerten zeich jetzt mal ich jetzt hier eingehen will ich ja alles voll machen dass sie auch beide kaufen kann und dann will ich mir einen aussuchen von den und dann werde ich den erst löschen weil wenn ich so direkt den kaufen muss ich gold bezahlen und das gold profil was anderes wahrscheinlich ja das ist das was ich so wie ich das hier so spiele von jeder nation ein panzer ist ja ein klein panzer der finne level 1 der pole der w3 der lewitz war ja war auch im pole gewesen da da ich einfach nur ein von den land hole habe ich den verkauft dass mich jemand schweden probiert den erst mal aufzuleveln weil ich weiß nicht was für nationen hier noch so kommen gut dann möchte ich mal sagen ich fange an mit den schweden zu spielen drei runden vorher werde ich mir die ganze werbung hier anschauen und viel spaß okay ich spiele den lager und war mittlerer panzer ich glaube das war ein klacher panzer ok einmal goldsterne aktivieren auf geht's ich gehe nach rechts lang ja ja war im mittlerer panzer ja ja Go ja ja Ich werde anvisiert, von wem denn? Abheuer. Okay, getroffen. Da. Getroffen. Na? Upsa. Fahrradramp vorbei. Hammer. Und? Schneller nachlauern. Auftrag abgeschlossen. Das ist doch still ein Panzerbestand. Wir haben sie voll erwischt. Fahrradramp, der ging voll durch Ihre Panzerung. Das muss wehtun. Oh, ja. Wir haben sie. Wir haben uns eine Katastrophe. Apprala, nein, das ist nicht so nett. Apprala, bitte wieder Funktionstechnik. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Ah, okay. Ich bin aufgeregt. Noch der Hunter ist da. Switch schon mal rüber. Ah, der ist AFK. Das ist halt immer so das Problem bei dem Spiel, wenn einer AFK ist. Spielt man schon mit einem weniger. Und das ist dann immer scheiße. Gut. Dann würde ich mal sagen, es geht weiter mit der nächsten Runde. noch schnell die Bewertung anschauen, hier. Wettung, 882 Schaden, 30 zerstört, 400 abgewehrt, habe ja nur eine 400er Panzerung gehabt. 438 Sterne gekriegt, 7000 Gold. Oh, ich war der beste Spieler. Dann, let's go, nächste Runde, viel Spaß. Die nächste Runde geht los. Warte auf, Spieler, alle da? Okay, let's go. Oh, ich hab keinen Bonus mehr. Dann würde ich erstmal hier unten am Strand lang fahren. Wirkungstreffer. Dröh. Ok, wenn der Oh, habe ich meine eigene getroffen Noch ein Treffer Ein Schuss, dann ist er dort Dann eben geschossen Ok, down ist er Bei uns ist auch schon einer down Nicht so schön Ok, rente ist so einer Schneller Abpraller Wir haben sie Ok, jetzt Noch so einer und die sind fertig Wirkungstreffer Schutzgeschütz beschädigt Wir haben Genauigkeit eingebüßt Der ging voll durch ihre Panzerung Das von mir down Noch ein Treffer, dann ist er weg Jetzt aber Okay Jetzt ist er da hinten Fahrt zurück, fahrt zurück Bleibt nur stehen Noch so einer und die sind fertig Noch so einer und die sind fertig Ok, dann Oh, da ist ein Haubitze Äh, Haubitze Ein Hunter Ach, falscher Knopf Eine unserer Ketten wurde getroffen Eine unserer Ketten wurde getroffen Volltreffer Der ging glatt durch Die Kette ist zerstört Wow Nice 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 1400 98 Schaden Zweitbester Spieler 5.000 Sterne Heftig Also 700 da Und dann auch schlecht die christliche Wand Gold Oder ne Weil Mai 5 ist deswegen 5.000 Schön Da ist ja mein Panzer schon fast fertig Gut Dann würde ich mal sagen Das Zwei Grundreiche Pro Aufnahme Würde ich sagen Sind 14 Minuten Wie lange hat das gedauert Hier jetzt Steht Keine Zeit Hier Ne Keine Zeit Na gut Dann würde ich mal sagen Das war's Für heute Ich sage Dankeschön Ich würde mich freuen Wenn ihr auch Nächstes Video Bis dann Bis dann Viel Spaß Und auf ihr seht Ciao Ciao